In Griechenland brennen die Häuser. Bei uns in Deutschland wurde nur lautstark, aber über Jahre heftig gegen Sozialreformen protestiert. Hartz IV muss weg! Wir sind das Volk! Hartz IV spaltete das Land und führte zu Massenprotesten. Für die Linke galt und gilt bis heute, Hartz IV ist Armut per Gesetz. Doch Befürworter kommen zu einer anderen Hartz-IV-Bilanz. Die de facto Absenkung des Lohnniveaus habe sich am Ende ausgezahlt. Im Gegensatz zu seinen kriselnden europäischen Nachbarn boomt Deutschland und hat die niedrigste Arbeitslosenrate seit 20 Jahren. Die Hartz-IV-Reformen. Ein gelungenes Beispiel für Sozialreformen gegen den Widerstand der Bevölkerung? Für unseren Gast Martin Lindner ein klares Signal auch für Athen. Auch Griechenland kann ein Jobwunder schaffen, wenn keine übertriebenen Sozialversprechen mehr gemacht werden. Herr Lindner, das müssen Sie uns ein bisschen weiter erklären. Inwiefern können Einschnitte à la Hartz Vorbild für Griechenland sein? In einem der letzten Sanierungspakete steht erstmals als Auflage für Griechenland drin, dass bei Auskehrung von Sozialleistungen auch eine Vermögensüberprüfung des Bedürftigen vorgenommen wird. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Man kann, egal in welchem Land, ob in Griechenland oder Deutschland, erst dann zum Staat gehen, wenn man nichts mehr hat. Man kann nicht zum Staat gehen und sagen, ich behalte hier irgendwie geartetes Vermögen und die Allgemeinheit soll jetzt für mich bezahlen. Das ist jedenfalls nicht mein Verständnis von Sozialstaaten. Welche Sozialleistung meinen Sie? Deswegen ist es richtig, wenn jetzt hier auch Reformen durchgeführt werden, die beispielsweise in die Richtung gehen, dass der Sozialstaat für die Armen ist, für die Bedürftigen ist und nicht für diejenigen, die tricksen wollen. Also das ist ein klarer Ansatz. Und natürlich auch die Rente mit 67 und Flexibilisierung auf dem Arbeitsmarkt haben dazu geführt, dass wir in Deutschland eine Arbeitslosenquote haben von 7 Prozent, etwas über 7 Prozent, während Nachbarstaaten von 10 Prozent haben. Wir hatten in den letzten Jahren Lohnzuwächse von über 3 Prozent, die aber nicht auf Luftschlössern gebaut waren wie in anderen Ländern, sondern die auf echten Produktivität zuwächsen. Herr Kutz, Sie können alle sagen, das ist alles Quatsch, alles Unsinn. Das heutige Lohnniveau ist unterhalb des Jahres 2000. Nur, das Entscheidende ist, dass wir in einer wirtschaftlichen Phase, wir haben trotzdem eine Billion Exporte aus Deutschland, ausführen aus Deutschland. Wir stehen wirtschaftspolitisch, wirtschaftlich exzellent da. Und deswegen kann man dies schon als Erfolgsmodell auch anderen Ländern empfehlen. Es wäre wichtig, wenn andere Länder auch diese Reformen durchführen. Herr Geister, es gibt einen Grund, warum wir in Deutschland heute gut dastehen. Das ist aber weder Hartz IV noch die Agenda 2010. Sondern in der Krise, die von der Finanzkrise verursacht worden ist, sind alle anderen Länder in eine Rezession gekommen, weil sie ein Instrument nicht hatten, das wir in Deutschland haben. Nämlich das Kurzarbeitergeld. Das Kurzarbeitergeld hat unsere Unternehmen gerettet. Und deswegen waren wir viel schneller als alle anderen Länder in der Lage, bei einer beginnenden Konjunktur wieder anzufangen. Wir haben die Arbeitnehmer nicht entlassen müssen, die Facharbeiter nicht entlassen. Die Betriebe konnten überleben. Das haben die anderen Länder nicht gemacht. Agenda 2010 und Hartz IV. Hartz IV ist der größte Flop in der Arbeitsmarktpolitik. Der größte Flop. Also, ich weiß nicht wirklich, davon ich rede. Aber so etwas hat es ja noch nie in der Sozialgeschichte gegeben, dass wegen Hartz IV wir 170.000 Klagen vor den Sozialgerichten haben. Das kann ja gar nicht richtig sein, was da gemacht worden ist. Und was Sie gerade von den Vermögen geredet haben. Nun reden Sie mal mit dem Opel-Arbeiter in Bochum, der 35 Jahre gearbeitet, Steuern, Beiträge bezahlt hat. Und er jetzt arbeitslos wird, weil sein Verein in Detroit den Karren an die Wand gefahren hat. Und er wird nach einem Jahr Arbeitslosigkeit, Arbeitslosengeld eins, wird er zum Fürsorgeempfänger gemacht. Das heißt, der kriegt seine Hartz IV-Leistung von 300 XY Euro, kriegt er erst dann, wenn er fast alles versilbert hat, das was Sie vorschlagen, alles versilbert hat, was er für sich und seine Familie erarbeitet hat. Er wird behandelt, als ob er noch nie einen Hammer in der Hand gehabt hätte. Er wird behandelt wie ein Alkoholiker. Und genau so läuft die Sache. Hartz IV ist nichts anderes für diese Leute, als sie in Paragrafen gefasste staatliche Missachtung der Lebensleistung dieser Menschen sind. Herr Müller, kann es so funktionieren, dass Einschnitte à la Hartz IV, dass gleichsam also das Modell Deutschland ein Vorbild für Griechenland ist? Also definitiv nein. Ich glaube, wir sollten jetzt nicht auf Hartz IV die Diskussion verlagern. Aber ganz klar, Hartz IV, bin ich vollkommen bei Herrn Geisler, war eine Katastrophe. Was wir machen, wir passen unseren Lebensstandard zunehmend den Asiaten an und da machen wir in der Globalisierung einiges falsch. Wir werden es nicht komplett aufhalten können, aber da läuft vieles daneben. Und wenn wir sagen, wir müssen immer mit denen mithalten, dann werden wir unser Lohnniveau immer weiter absenken müssen, bis wir irgendwann mal auf Augenhöhe sind. Die kommen ein bisschen hoch, wir mehr runter und irgendwo treffen wir uns. Wir haben aber, ich weiß es hingegen, alles was hier einer sagt, das ist okay. Leistung gegen Leistung ist eines der Prinzipien auch. Finden Sie das nach Amtswert? Absolut. Die Frage ist allerdings für jetzt Europa nochmal, warum wir denn so stark geworden sind in Deutschland, warum unser Export so stark war. Wissen Sie, wir werfen den Chinesen, um nochmal bei denen zu bleiben, werfen wir seit Jahren vor, dass sie betrügen, dass sie ihre Währung künstlich drücken, indem sie sie an den Dollar koppeln und sich dadurch Exportvorteile ergaunern. Und die sollen endlich mal die Kopplung vom US-Dollar lassen, ihre Währung aufwerten, auf das Niveau, wo es hingehört, damit die weltweit auf Augenhöhe agieren und sich nichts ergaunern. Wir in Deutschland machen genau das Gleiche. Wir koppeln unsere deutsche Währung an die Währung der Griechen, der Portugiesen, der Iren und dadurch ist unsere Währung, die jetzt Euro heißt, etwas niedriger, als sie eigentlich für unsere Leistungsfähigkeit sein müsste. Und wir haben ohnehin eine starke Wirtschaft und haben uns durch diesen jetzt etwas schwächeren Euro für unsere Leistungsfähigkeit zusätzliche Vorteile ergaunert. Und das natürlich auch auf Rücken der Griechen, der Spanien, der Portugiesen. Was die nicht mehr verkaufen, wird bei uns zusätzlich eingekauft und so weiter und so weiter. Also ganz kurz noch dazu, wegen Hartz IV und warum hier in Deutschland dieses Niveau der Bevölkerung so weit runtergegangen ist und in Griechenland nach oben. Denn das ist die Kehrseite. Während es für unseren Export sehr positiv war, dieser etwas niedrigere Euro, werden die Bürger mit einer für ihre starke Leistung zu schwachen Währungen bezahlt. Das heißt, sie müssen mehr von ihren verdienten Euro ausgeben, um zum Beispiel Benzinheizeinkäufe zu betätigen, Importe zu tätigen. Deshalb kommt unsere Kaufkraft der Bürger nicht aus dem Quark, was Frau Wagenknecht sagt, seit zehn Jahren keine Steigerung des realen Donniveaus. Weil wir eine zu schwache Währung haben. Die Leute arbeiten, werden aber eine zu schwache Währung bezahlt. Die Griechen werden für ihre schlechtere Leistungsfähigkeit mit einer zu starken Währung bezahlt. Und dort ist entsprechend der Lebensstandard der Bürger nach oben gegangen. Vollkommen klar. Herr Grupp, aber auch das war die Agenda 2010.